Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. Für großartige Ideen und große Träume reicht manchmal schon ein Höhnerstall. Dort tüftelte der junge Korbflechter Georg Gesslein am ersten Kombikinderwagen der Welt. Über 70 Jahre später ist Gesslein aus Mansgeräuz in Oberfranken eine der führenden Kinderwagenhersteller in Deutschland. Und nach wie vor ein Familienunternehmen. Familie ist für uns einfach das A und O. Bereits seit drei Generationen fließt unser ganzes Herzblut in die Firma Gesslein. Angefangen bei unseren Großeltern, bei unseren Eltern, bei uns beiden und natürlich auch bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir alle leben für die Firma. Wir sind einfach eine große Familie. Familie treibt uns an. Das spürt man in unseren Produkten. Denn wir produzieren Kinderwagen, um das Leben von Familien ein Stückchen besser zu machen. Besser heißt heute auch nachhaltiger. Und Qualität und Nachhaltigkeit sind uns bei unseren Produkten ganz besonders wichtig. Wir nähen unsere Kinderwagen in Deutschland. In Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail. Das spart lange Transportwege und sichert faire Produktionsbedingungen. Wir verwenden nur schadstoffgeprüfte Stoffe, die für Kinder und Eltern absolut sicher sind. Dazu gehören auch Stoffe aus recycelten Materialien. Denn Recycling bedeutet Klimaschutz. Aus diesem Grund setzen wir auch, wo es geht, auf umweltfreundliche Verpackungen, vermeiden Plastikmüll und nutzen mehrfach verwendbare, mitwachsende Kartons. Jeder unserer Kinderwagen wird auf Bestellung produziert. Dadurch vermeiden wir Überproduktion, sparen Ressourcen und stellen sicher, dass stets neuwertige Ware unser Werk verlässt. Wir achten darauf, dass unsere Kinderwagen lange nutzbar sind. Von der Geburt bis ins Kleinkindalter. Und so robust, dass sie auch noch fürs zweite und dritte Kind halten. Jeder Gässlein-Kinderwagen ist ein Unikat. Handgefertigt in Deutschland. Mit viel Liebe zum Detail. Als einziger Hersteller fertigen wir auch Sonderanfertigungen, ganz nach dem individuellen Wünschen unserer Kunden. Aus einer riesigen Auswahl an Stoffen kann bei uns jeder alle Teile einzeln zusammenstellen und so seinen individuellen Traumkinderwagen kreieren. Als Mutter von zwei Kindern weiß ich aus eigener Erfahrung, jede Mama will das Beste für ihr Kind. Und das bedeutet gleichzeitig auch, lieber Klasse statt Masse. Es ist einfach schön, sich mit Dingen zu umgeben, die besonders sind, die handgemacht sind. Dingen, die eine Seele besitzen. Genau das, das wünschen wir uns für unsere Kinder. Deshalb ist es mir so wichtig, dass alle Eltern bei uns die Möglichkeit haben, sich einen individuellen Kinderwagen zusammenzustellen. Denn jedes Kind ist besonders. Genau wie sein Gässlein-Kinderwagen. Neben der Optik kommt es bei einem Kinderwagen vor allem auf die Technik an. Vom Entwurf über die Entwicklung bis zur Marktreifenkonzeption. Bei uns liegt alles in einer Hand. Dieser Prozess dauert mehrere Jahre, damit jedes Detail stimmt. Die Herausforderung ist es, einen Kinderwagen zu gestalten, der für alle Eltern passt. Egal welche Statur, Lifestyle oder Nutzungsverhalten Sie haben. Mir ist dabei der Komfort und die Funktionalität besonders wichtig. Zum Beispiel, eine Wanne sollte möglichst groß sein, damit das Kind viel Platz zum Wachsen hat. Aber auch leicht, damit die Eltern sie einfach tragen können. Bei all meinen Entwicklungen hat mir die Erfahrung mit meinen Kindern sehr geholfen. Aber auch die Arbeit im Team. Tag für Tag zusammen daran zu arbeiten, die Produkte besser zu machen, sie zu optimieren, neue Produkte zu finden, um das Leben der Eltern ein Stück weit besser zu machen. 70 Jahre Gässlein. Das sind 70 Jahre Leidenschaft für Kinderwagen. Liebevolle Handarbeit aus Deutschland und einzigartige Produkte für die Kleinsten. Aber vor allem sind es über eine Million Familien, die wir vom ersten Tag an begleiten. Gässlein steht für Tradition und Innovation, Technik und Design, Mode und Funktionalität, Lifestyle und Nachhaltigkeit. Aber vor allem stehen wir für eines. Familie. Wir sind Mütter und Väter, die die Welt mit Kinderaugen sehen. Die sie mit Ideen und Visionen ein Stückchen besser machen wollen. Denn wir bei Gässlein wissen, man ist nie zu klein, um großartig zu sein.